Hallo zusammen, ich bin die Angela von der Alplandschweiz. In diesem Quick-Tip möchte ich euch unsere Einbauteile etwas näher bringen. Mit der Swiss Edition wird durch ein eigener Einbauteileassistent installiert. Aus diesem könnt ihr das gewünschte Einbauteil mit einem Doppelrechtsklick übernehmen und eure Auswahl mit den Eigenschaften treffen. Danach könnt ihr das Einbauteil ohne grössere Probleme in eurem Modell absetzen. Mittels der Handles könnt ihr jederzeit die Höhe der Einbauteile anpassen. Auch im Nachhinein lassen sich die Einbauteile jederzeit wieder verändern, indem ihr sie mit einem Doppelklick einfach wieder öffnet.